Hallo, willkommen auf dem Borussia-Nachrichten-Kanal. Es ist mir eine Freude, Sie hier zu haben. Abonnieren Sie den Kanal, um über alles, was in Borussia, unserem Herzensklub, passiert, auf dem Laufenden zu bleiben. Ohne weitere hinzufügen, erhalten wir die aktuellen Nachrichten von Borussia. BVB-Star über Trainerwechsel, klar bekommst du das mit. Marcel Sabitzer ist in der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft seit Jahren eine feste Größe und Stammspieler unter Teamchef Ralf Rangnick. Vor dem zweiten Gruppenspiel des ÖFB-Teams gegen Polen am Freitagabend, ab 18 Uhr, hat sich der Mittelfeldmann von Borussia Dortmund zu seiner speziellen Rolle geäußert und einen kurzen Blick auf den BVB gerichtet. Während Sabitzer in der deutschen Bundesliga beim BVB zumeist als klarer Sechser im zentraldefensiven Mittelfeld aufgestellt wird, ist seine Position in der Nationalmannschaft offensiver ausgerichtet. Die Rolle unterscheidet sich ein bisschen. Wir spielen aber ja eher mit drei Zehnern, die weit nach innen kommen. Aber klar gibt es auch mal Situationen, wo du in die Breite gehst. Wer meine Spiele in Dortmund verfolgt, sieht, dass ich generell sehr viel unterwegs bin. Nicht nur im Zentrum führte der 30-Jährige vor dem wichtigen Gruppenspiel gegen Polen aus. Österreich steht dabei unter gehörigem Erfolgsdruck, nachdem die erste Partie gegen Frankreich mit 0 zu 1 endete. Eine zweite Niederlage wäre wohl gleichbedeutend mit dem vorzeitigen EM aus. Sabitzer zu neuem BVB-Trainer, es gab natürlich auch Gespräche. Ob er lieber auf der Sechser oder lieber der Zehner-Position eingesetzt wird, konnte Sabitzer gar nicht eindeutig beantworten. Ich fühle mich auf beiden Positionen sehr wohl. Ich spiele dort, wo mich der Trainer aufstellt und ich der Mannschaft helfen kann. Ich kann es besser als gegen Frankreich. Das erwarte ich auch von mir. Ich fühle mich aber gut und bin sehr motiviert, gab sich der 79-fache Nationalspieler diplomatisch. Angesprochen auf den BVB und den vollzogenen Trainerwechsel wollte Sabitzer am Donnerstag hingegen nicht allzu viel kommentieren. Klar bekommst du das mit und es gab natürlich auch Gespräche. Aber wenn du eine Europameisterschaft spielst und ein Auftaktspiel gegen Frankreich vor der Brust hast, berührt dich das in dem Moment wenig. Klar, da ist was passiert, das müssen wir nicht wegdiskutieren. Aber der Fokus liegt auf den Spielen hier, stellte Sabitzer klar, der bei den Schwarz-Gelben noch bis 2027 unter Vertrag steht. Bleiben Sie auf dem Kanal, denn ich poste immer die neuesten Nachrichten aus der Borussia.